Als Nächst kommt von unseren Freiheitsbreichlern, die wieder vorausgemarschiert sind und Matthias Werli, er begrüsst auch noch kurz den Namen der Freiheitsbreichlern. Danke für den Mal. Liebe Freunde, guten Tag, liebe Freiheitsbewegung, guten Tag Ozer. Wir Freiheitsbreichlern suchen unsere Anlässe aus, die wir unterstützen. Diesen Anlass hier unterstützen wir sehr gerne mit Herzblut, mit Liebe und Seele, das Aktionsbündnis Urkantonio, wo es wohl vertraut. Josef Ender hat mich als dadenlosen Charakter kennengelernt. Hier sind wir sehr gerne mit Freiheitsbreichlern. Warum heissen wir Freiheitsbreichlern? Natürlich, wir trechen richtig. Für die Freiheit gehören, für die Souveränität gehören. Das ist auch richtig. Jawohl, wir sind frei. Wir haben den Geist vom Rütli in uns hinein. Wir sagen 1291 lebt. 1848 lebt. 2021 lebt. Wir sagen die Eidgenossenschaft, sie lebt. In dieser Art sind wir frei und sind gegen jede Verschärfung von Komik-Massnahmen. Das heisst, wir sagen, wenn jemand sagt Impfpflicht, Impfpflicht, nein danke, sagen wir, der ist frei. Wenn es jemand anders sieht, betrachte ich mich als auch frei. Ich möchte mit dieser wunderbaren Schar, dieser schönen Truppe hier vor mir, neben dem Kackern Luzern, den Ruf zu rufen, den es in ein paar Monaten durch die Schweiz durchschaltet. Und entstanden, ich glaube in den Freiheitsbreichlern und innerhalb der Reihe von patriot.ch als Bergbach entstanden, jetzt schon als Strom durch die Schweiz fliessen. Wir werden es viermal sagen, viermal miteinander in einem schönen Crescendo. und alle miteinander lügen, Frieden, Freiheit, das Volk ist souverän. Herzlichen Dank an euch allen. Herzlichen Dank an euch allen.